Warum ist Frankreich unwillensnationalen EU-Atomschirm zu tauschen? Atomschirm ohne EU-Armee ist möglich. Nationale Militär ist einfach, so wie Zollunion EU baut und kauft, USA ausgemustert. Also ich muss ehrlich sagen, das Abkürzen der Frage macht es ja etwas schwer verständlich. Ich vermute, Sie haben geschaut, dass die Frage in die Zeichenform passt. Aber warum sollte Frankreich seinen Atomschirm aufgeben? Kann mir das irgendeiner erklären? Die Briten haben von den Amerikanern Unterstützung bekommen. Beim Entwickeln ihrer Kernwaffen. Die Franzosen nicht. Die Franzosen, Charles de Gaulle, ich glaube es war Charles de Gaulle, von dem es ausging, der wollte französische Kernwaffen. Die Franzosen haben viel dafür investiert. Warum sollten die es freiwillig aufgeben? Und vor allem dann unter EU-Kontrolle, damit irgendein anderes EU-Land dann sagt, nö, die Kernwaffen werden nicht eingesetzt. Welches Land gibt denn freiwillig seine Kernwaffen ab, wenn es nicht gerade Südafrika ist? Sie wissen, ich halte überhaupt nichts. Für mich ist es Träumerei, weltfremde Träumerei von dem EU-Atomschirm zu reden. Weltfremd. Absolut weltfremd. In meinen Augen. Von vorne bis hinten. Die bestehenden Atomstreitkräfte reichen dafür nicht aus. Und dann müssen wir plötzlich glauben, dass Briten und Franzosen bereit sind, einen nuklearen Gegenschlag zu ertragen wegen Polen, wegen Estland. Mag sein, dass es sind, aber ist alles andere als sicher. Also ich halte von diesen, für mich sind es hilflose Träumereien, die an der Realität nicht weiter entfernt sein können. Wie die ganze EU-Armee. Das sage ich ja auch nicht zum ersten Mal. Ständig hören Sie in Medien von irgendwelchen, ich will jetzt nicht zu despektierlich sein, sonst würde ich sage Träumer oder Phantasten, aber von irgendwelchen Politikern die Rede von der EU-Armee. Schauen Sie sich doch nun mal die europäische Geschichte an. 2003, Invasion im Irak. Deutschland und Frankreich bilden eine Allianz und versuchen den Angriff zu verhindern. Polen schickt Spezialkräfte, die sich mit an der Invasion beteiligen. Wie soll denn eine EU-Armee funktionieren, wenn die nationalen Interessen von europäischen Staaten so auseinandergehen? Wenn nicht vereinigte Staaten von Europa existieren, mit einer Zentralregion, die halt einen feuchten Kehrricht darauf gibt, was in irgendeiner ihrer Regionen, ob das nun früher mal ein eigenständiges Land war oder nur Teil eines Landes war, was in denen gewünscht wird oder nicht. Solange das nicht der Fall ist, wird eine EU-Armee entweder nutzlos sein oder wird entweder zahnlos sein oder dazu führen, dass das Nationalstaaten gezwungen werden, in den Krieg zu ziehen, an dem sie null Interesse haben. Lächerlich, die Vorstellungen meinten auch. Absolut weltfremd. Irgendwo Zusammenarbeit, Logistikzusammenarbeit und so weiter ist alles schön und gut. Aber ein gemeinsames Oberkommando, damit die Franzosen erklären, die deutschen Soldaten ziehen jetzt mit unseren zusammen in den Mali, um unsere Uranminen zu schützen. Das ist doch weltfremd. Wie kann denn für sowas sein? Also für mich ergibt es keinerlei Sinn, weil die nationalen Interessen viel zu hoch. Wird den Polen dann verboten, den Amerikanern bei der Invasion im Irak zu helfen? Oder zwingen die Polen, die Deutschen mitzumarschieren? Das ist eine europäische Armee. Das klappt ja dort schon noch nicht mehr. Da reden wir noch gar nicht vom Nuklearen. Und Nuklear sollte ja noch komplizierter sein. Lächerlich in meinen Augen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann schauen Sie doch mal vorbei auf dem Hauptkanal, wo es ursprünglich erschienen ist. Militär und Geschichte mit Thorsten Heinrich. Den Link dazu finden Sie hier in der Beschreibung.